hallo bei notfallmedizin hallo diesmal haben wir ganz besonderes thema und zwar soll es um notfallsonographie gehen ja ja also ihr merkt schon der martin ist fan ich bin auch ein lega fan notfallsonographie ist gerade extrem im kommen ganz viele rettungsdienst bereich überlegen ob sie sich ultraschallgeräte für snaf holen ganz viele haben es auch schon aber man hört auch immer wieder eine ganz mehr kritische stimmen muss man sagen die sagen so alles zeitverschwendung braucht man auch gar nicht hat doch auch ohne funktioniert schon immer und ja martin wie siehst du das das argument hat schon immer irgendwie funktioniert es natürlich super und braucht man auch kein ct oder so oder 12 kanal ekg grundsätzlich kann man sagen die gefahr bei ultraschall nachdem die anwendung so ins detail gehen kann und so viele spezialuntersuchungen sind ist natürlich dass man darum spielt dass man zeit verliert dass man gerne irgendwie die aortenklappe ausmessen möchte aber der patient irgendwie nachteile hat deshalb ist zum beispiel auch bei den neuen renovationsleitlinien der ultraschall in der wertigkeit so ein bisschen kritischer gesehen weil man sagt diese langen pausen um irgendwie in tollen tollen einstellung vom herz zu bekommen die sind vielleicht sogar eher nachteilig als dass der ultraschall was bringt das heißt gerade präklinisch gilt übrigens auch für den schockraum notfallsonographie muss eine von zwei kategorien am besten vielleicht sogar beide erfüllen nämlich erstens braucht es entweder eine therapie konsequenz also ich erwarte mir etwas was mein management akut verändert oder zumindest eine transport konsequenz heißt ich fahre jetzt vielleicht nicht ins kleine haus sondern ins zentrum ich biege links ab und nicht rechts oder ich hole mir einen hubschrauber um den jetzt irgendwo anders hinzubringen oder ich muss ihn vielleicht schneller aus dem lkw rausziehen als als gedacht dass also es muss eine klare konsequenz sein und da kann man dann das auch schon eingrenzen wo notfallsonographie sinnvoll ist präklinisch vor allem und wo vielleicht nicht okay aber dann gehen wir doch mal direkt ans eingebrachte oder welche situation gibt es denn aus deiner sicht wo notfallsonographie in hohen stellen wird hat ich würde sagen in dem video gehen wir mal vier szenarien ganz kurz durch sehr orientierend und es liegt an euch ob wir mehr dazu machen wenn ihr nämlich uns das sagt dann können wir gern auf die einzelnen szenarien und abläufe und genauer eingehen wo schaltet man was für befunde gibt es wie schaut es normal aus wie schaut es pathologisch aus deshalb nur ein schneller überblick mal als einleitung vier szenarien erstes szenario atemnot okay atemnot wo hilft mit der ultraschall und das hilft vor allem bei der unterscheidung von atemnot wir alle kennen das die patienten quietschen giemen vielleicht so irgendwie bisschen haben sowohl eine bekannte herzensuffizienz als auch eine cobt und wir müssen unterscheiden in welche richtung geht es die therapie und es ist wirklich relevant weil die sind ja völlig konträr in ihrer in ihrer behandlung außer vielleicht im notfall dass man beide beatmen muss ganz schlecht wird und da hilft ultraschall nämlich ein schneller blick auf die lunge sagt uns ist die lunge feucht oder nicht also die fragestellung die wir im ultraschall haben ist feuchte junge lunge ja nein oder zum beispiel ein pleurer guss ja also viel flüssigkeit freie pleurale flüssigkeit im weitesten sinn und drittens der pneumothorax der natürlich jetzt auch auskulatorisch gar nicht so einfach zu erkennen ist draußen dazu guckt man eigentlich beidseits auf den thorax 90 grad zu den rippen und schwenkt einmal so den thorax entlang quasi einmal um die nippel herum oder an den nippeln entlang bis an die flanke und kann diese drei fragen relativ schnell und sehr effizient beantworten das dauert irgendwie unter einer minute also dyspnoe da hilft es wirklich weiter und hilft auch ganz klar in der therapie okay das sind ja schon mal klare aussagen ich glaube in den show notes sind auch immer mal wieder beispielbilder dabei gut dyspnoe abgehakt was wo hilft es mir noch bei der reanimation reanimation da haben wir relativ viele von h's und t's die wir draußen nur vermuten können und bei bei drei fragestellungen kann uns der ultraschall wirklich helfen das eine ist ist der rechte ventrikel riesengroß da muss man aufpassen denn rechtsventrikuläre belastung oder vergrößerung ist bei fast jedem patienten der reanimiert wird oder ein bisschen länger reanimiert beziehungsweise einen kreislaufstützstand hat zu erwarten aber ein gigantisch großer rechter ventrikel vielleicht mit einem ganz kurzen blick auf die femoralis und einer thrombose kann uns schon dazu verleiten dass wir die patienten zum beispiel visieren weil wir glauben das ist eine lungenembolie also das kann uns helfen rechtsventrikulär dann ist die frage linksventrikulär wenn wir eine pause machen also das gilt sowieso bei der ganzen reanimation wenn wir eine pause machen und sehen dass der linke ventrikel noch so zuckt passend zu einem puls dann ist das vielleicht keine pea also eine komplette entkoppelung sondern eine pseudopea wo der patient vielleicht sogar an druck hat nur wir den noch nicht tasten können und das entscheidet das outcome ganz massiv und übrigens auch nach reanimation bei rosk hilft uns ob wir sehen dass das linke herz quasi komplett steht oder nicht also rechtes herz linkes herz und berikardtamponade eher selten aber gar nicht so selten wie man glaubt sonst haben wir präklinisch überhaupt keine chance das festzustellen mit einem blick sofort zu sehen und auch relativ schnell zu behandeln wenn es halt sein soll und natürlich von der vom zeitlichen management hast du gesagt man macht sehr kurzen pausen und wie kurz sind die pausen so zehn sekunden 30 sekunden solange wie der ultraschall braucht bis drei leute draufgeschaut nehmen möglichst kurz also da gibt es unterschiedliche angaben persönlich finde ich maximal fünf sekunden und die person die den ultraschall macht sollte nicht die person sein die denn die rhythmuskontrolle macht sondern man sollte sich vorher absprechen vorher schon den ultraschall positionieren meistens subkostaler blick also unter dem unter dem sternum richtung blick linke patientenschulter so grob vielleicht sich vorher schon orientieren unter dem drücken und dann fünf sekunden runterziehen wenn man perfekt in einem high performance team ist dann steht hinter einem jemand und zählt die fünf sekunden runter und wenn die fünf sekunden vorbei sind ist auch vorbei und dann wird weiter gedrückt und jemand anderer macht die rhythmuskontrolle tipptopp und man kann es für die pulskontrolle nehmen wenn man doppler auf die femoralis zum beispiel legen ja sehr schön aber dass ich wollte irgendwas sagen was ist das nächste szenario das nächste szenario das wird häufig diskutiert und ich finde das ist auch das schwächste szenario für prähospitale notfall sonographie ist nämlich das trauma das was im schockraum in jedem traumaschockraum absoluter standard ist ein fast ultraschall also beidseits flanke über der blase und vielleicht auch noch ein blick aufs herz plus eventuell dem pneumothorax ist was was präklinisch muss man tatsächlich kritisch sehen weil ich würde es nicht auf der autobahn zeit vertun und da fünf minuten jemanden noch mal schallen oder auch nur zwei minuten es gibt da was szenarien wo das sinnvoll ist eventuell zum beispiel also am transport ja schaue ich ist freie flüssigkeit im abdomen wenn ich die zeit dazu habe und die anderen maßnahmen abgeschlossen sind dann kann diese information der klinik schon wirklich was helfen heißt massiv transfusion vorbereiten heißt ein op wirklich sperren das op team waschen lassen und sich bereitstellen ist ja was anders als wenn man nur sagt ja ist halt jemand der hat ein bisschen bauchtrauma eventuell könnte man auch ein szenario konstruieren wo es darum geht wie schnell mal jemanden aus einer einklemmung situation rausholt ja also wie schnell muss man den rausreißen oder hat man zeit das aber persönlich finde ich das szenario dass da jemand dass ich da hingehe ins auto rein den schall und dass das wirklich ich glaube da verliert man zu viel zeit also trauma ja aber wenn ich denke vor allem am transport als vor informationen für die klinik ja und da ist die frage jetzt habe ich gar nicht was wir wissen wollen wir wollen wissen freie flüssigkeit plus eventuell pneumothorax plus eventuell berikardtamponade aber vor allem freie flüssigkeit ok gut also trauma mit dem fragezeichen aber auch manchmal im ausrufezeichen ok was gibt es noch gibt es noch eine situation wo wir notfallsonographie präklinisch brauchen das all in one szenario wo wir alles was wir jetzt vorher erwähnt haben quasi zusammenpacken ein bisschen erweitern die sogenannte schocksonographie da gibt es ein protokoll das heißt rush rapid ultrasound in shock und hypertension das quasi versucht relativ schnell beim unklar schockierten patienten oder patientin herauszufinden was die ursache ist also wir gucken quasi aufs herz ja rechter ventrikel linker ventrikel berikardtamponade wir schauen auf die lunge ist die feucht gibt es ein pneumothorax wir schauen aufs abdomen ist freie flüssigkeit beidseits oder hinter der blase zu zu finden und wir schauen auch auf noch zwei sachen extra die in den vorherigen sachen nicht erwähnt worden sind nämlich wir gucken einmal die aorta an also machen einmal einen sogenannten aortic slide klingt auch cool also rutschen einmal die aorta runter und schauen ob ist die irgendwo über fünf zentimeter also können es ein aortenaneurysma vielleicht mit perforation oder ruptur sein und wir gucken einmal auf die venakava die zumindest eine vorsichtige einschätzung der volumen toleranz ermöglicht die volumenstatusbestimmung mit der cover ist jetzt ein thema da können wir ungefähr 15 videos dazu machen ja genau ist zumindest kritisch zu hinterfragen aber diese zwei sachen machen wir zusätzlich zu einem anderen das wäre ein szenario wo jemand wirklich unklar schockig ist schlechter druck und wir müssen jetzt rausfinden braucht jetzt ein zentrum brauchte vielleicht nur ein kleines haus oder können wir das irgendwie eingrenzen gibt es da irgendetwas was wir machen können außer katecholamine geben oder eben auch nicht genau martin das klingt extrem spannend ich bin ja eh ein sonofan aber für alle von euch die jetzt sagen mensch also sonografie das klingt ja doch relativ spannend wir haben das ja auch so ein bisschen als testballon weil wir uns immer wieder überlegt haben mal was zur sonografie zu machen wenn ihr jetzt sagt mensch super coole sache ihr habt vielleicht sogar spezielle themen die ihr gerne haben wollt dann schreibt sie uns einfach oder als kommentar und das video einfach posten dieses video ist nicht geeignet um irgendwie so kompetenz zu lernen auch die show notes sollen nur einen überblick dazu geben und was wir auch sicherlich nicht anbieten können und werden sind jetzt dezidierte sonobdomen oder echokardiographie kurse das heißt diese anfragen könnt ihr gerne in die show notes packen oder irgendwo kommentieren aber sie werden von uns nicht beantwortet werden wenn ihr aber fragen habt zur notfallsonografie sagt das ist extrem relevant für uns das wollen wir gerne lernen dann schreibt uns das und wir gucken ob wir das irgendwie für euch realisiert bekommen wir haben schon ein paar ideen aber wir wollen erstmal gucken habt ihr Bock drauf und es gibt noch so viel mehr fokussierten ultraschall bei bauchschmerz das geht jetzt nicht nur präklinisch aber wie cool ist es wenn man den aufstau der niere präklinisch sieht und sagt okay dann fahren wir ins krankenhaus mit einer urologie oder wenn man die vielleicht die eitrige gallenblase also den eiter sieht man nicht aber die mega entzündete gallenblase vielleicht schon draußen mit einem kurzen blick sieht oder oder venenpunktion nicht 18 mal stechen muss sondern einmal drauf guckt und sofort sieht ja zack da ist eine vene also das ist glaube ich der häufigst angewandte ultraschall skill teilweise gefühlt irgendwie fünf mal am tag in der notaufnahme dass man heute nach dem siebten mal stechen eine wunderschöne grüne irgendwo reinlegt und die patienten einem fast um den hals fallen meistens sind sie nicht so fit dass sie das können die wunderschöne grüne und das alles mit nur einem gerät in diesem video und dazu gibt es noch einen messerblock wenn sie jetzt bestellen also ihr merkt sie sind ultraschall begeistert philip hat schon dazu was gesagt schreibt uns gerne eure erfahrungen auch gerade prähospital einige nutzen das ja schon regelmäßig wir sind gespannt was er dazu sagt schaut in die show notes da ist noch mega viel content beispielbilder pathologische bilder überblicks bilder und mehr bilder damit glaube ich beschließen wir diesen begeisterten teil zur ultraschall und sind gespannt macht's gut bis bald ciao bis bald